Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich Willkommen zu dieser ersten Ausgabe von Ich gebe meine komplett unqualifizierte Meinung zu einem Thema ab. Und ich hoffe, dass ich nichts sage, was irgendjemand dazu veranlasst, mich zu verklagen. Heute geht es mal um Meta oder wie es noch vor einem Jahr, glaube ich, hieß Facebook. Facebook, denn Facebook und Instagram testet gerade ein neues Bezahlmodell für 12 Dollar im Monat mit ganz wilden Features. Ich lese euch mal was vor und zwar kommt das aus dem Meta-Channel von Ich glaube, es ist Instagram. Ich habe hier nur ein Screenshot vor mir. Ich packe euch einen Link zum Artikel, den ich hier gefunden und gelesen habe, in die Videobeschreibung. Einfach nur, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt. Das ist von Mark Zuckerberg, dem Sack quasi, höchstpersönlich. Also ich verlese. Good morning, new product announcement. This week we're starting to roll out MetaVerified, a subscription service that lets you verify your account with a government ID. Get a blue badge, get extra impersonation protection against accounts claiming to be you and get direct access to customer support. This new feature is about increasing authenticity and security across our services. MetaVerified starts at $11.99 a month on Web or $14.99 a month on iOS. We'll be rolling out in Australia and New Zealand this week and more countries soon. Nach vier Versuchen hat es ja dann doch geklappt. Was halte ich davon? Also ich muss ja sagen, ich bin absolut dagegen zu sagen, wir normalisieren das Kaufen von Verifizierungen auf sozialen Medien. Ich bin ja generell überhaupt kein Freund von sozialen Medien, bin ich jetzt ganz ehrlich mit euch. Ich benutze YouTube und Instagram, wenn ich irgendwann mal WhatsApp-Profilbild mal da wieder hochlade. Weil ich habe einen Instagram-Account, da lade ich genau die WhatsApp-Profilbilder hoch, die ich mal hatte. Und sonst benutze ich eigentlich kein soziales Netzwerk und damit bin ich auch sehr zufrieden. Und natürlich WhatsApp, aber das ist ja mehr so ein Instant-Messaging-Service. Aber gut, sagen wir mal, ich benutze drei. Und ich erstelle ja auch nur Content auf YouTube essentiell. Ich fand das schon sehr fragwürdig bei Twitter Blue. Ich glaube, so hieß das, so hieß dieser Twitter-Verifizierung-Service, als Elon Musk damals Twitter gekauft hat. Und ich finde es noch fragwürdiger, muss ich sagen, einem Konzern meine Government-ID, also quasi meinen Personalausweis auszuhändigen. Oder was heißt auch so eine Kopie davon zu übermitteln, an eine Firma, die so viel mit Antitrust-Issues zu kämpfen hat. Also mit so vielen auch so Prozessen, also Gerichtsprozessen tatsächlichen, wegen ihrer sehr fragwürdigen Sammlung von Nutzerdaten. Gehen wir doch mal die Features. Ich mache gerade sehr, sehr große Gänsefüßchen in der Luft. Die sogenannten Features. Also man kriegt den Blue-Badge, der hat essentiell keinen Wert. Weil warum bringt mir eine Verifizierung etwas, wenn sich jeder verifizieren kann? Wir haben das damals gesehen bei Twitter Blue, als das das erste Mal an den Start ging, wo ja gefühlt jeder damals Nintendo war oder Pepsi. Das Witzigste war ja irgendwie ein verifizierter Pepsi-Account, der gesagt hat, Coca-Cola is better. Das habe ich schon sehr gefühlt, da muss ich schon ein bisschen schmunzeln, bin ich ganz ehrlich. Und das war ja komplett katastrophal, ist das gewesen. Sagen wir mal ganz ehrlich, das war katastrophal. Wie ist die Landschaft bei Twitter heute? Jetzt gibt es nicht einen blauen Checkmark, sondern es gibt drei. Jetzt gibt es einen blauen, einen goldenen und einen weißen. Für drei unterschiedliche Arten von Accounts. Die blauen, das sind die Kaspar, die für 8,99 oder sowas, glaube ich, Twitter Blue gekauft haben. Dann gibt es goldene, das sind so Regierungsaccounts, also Government Accounts. Ich glaube die NSA, nicht die NSA, die NASA und auch das Weiße Haus und auch der Präsident haben diese Badges. Und dann gibt es noch Weiße für Twitter direkt. Also ich kann, das ist jetzt anekdotische Evidenz. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es Gold für Twitter direkt ist und weiß für so Regierungsaccounts. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt drei. Das war super. Es wäre auch schön gewesen, wenn man die drei sammeln könnte, so hintereinander. Das fände ich ja irgendwie schön. Also, das erste Ding, das kannst du schon mal komplett streichen, also diesen blauen Badge, das ist halt meiner Meinung nach überhaupt kein Biowett. Dann, get extra Impressionation Protection against Accounts claiming to be you. Das heißt, wenn ich jetzt Beyoncé bin und ich habe jetzt hier Facebook, wie nennen die das eigentlich? MetaVerified, genau so nennen sie das. Wenn ich jetzt Beyoncé bin und MetaVerified habe, dann werde ich jetzt quasi extra davor geschützt, dass jemand meinen Namen Beyoncé verwendet und auch verifiziert. Das wäre auch interessant. Also, wenn ich jetzt quasi sage, ich erstelle jetzt einen Account, der heißt jetzt, keine Ahnung, Joe Biden. Und ich lasse mich jetzt verifizieren, das geht durch. Wer wird da weggesperrt? Das sind so alles so Fragen, die kommen ja auch jetzt gerade erst auf. Aber vielleicht denke ich da auch falsch oder zu einfach. Vielleicht ist das auch eigentlich alles super logisch und sowas. Aber okay, gut, das lasse ich mir einreden, dass man sagt, man hat hier Impressionation Protection. Ich weiß zwar nicht, inwiefern das irgendwie, was da jetzt eigentlich mehr dahinter sein soll. Also, hat Facebook davor, also ich bin ganz ehrlich, ich benutze Facebook nicht, also deshalb kann ich es auch nicht sagen. Hat Facebook davor einfach einen Fick drauf gegeben, wer jetzt wer ist? Also, den Eindruck hatte ich jetzt nicht, aber kann natürlich auch, wenn das sich da jetzt komplett falsch liegen, möchte ich mir auch gar nicht einreden lassen. Man darf ja auch nicht vergessen, Facebook ist trotzdem noch rein nutzertechnisch immer noch das größte soziale Netzwerk, aber halt auch nur wegen so ärmeren Ländern wie Indien und sowas, wo Facebook halt auf jedem Handy voreinstellend kommt und das so mit einer der ersten Apps ist, die die öffnen. Also, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich könnte es jetzt raussuchen, aber ich glaube, dass so Indien und dergleichen so mit eines dieser Länder sind, wo Facebook am meisten genutzt wird. Ach, ich suche es mir raus. Komm, den Spaß mache ich wieder doch. Ich war überraschenderweise gar nicht mal so falsch. Also, ich habe hier so ein World Population Review, das ist die Seite, da habe ich hier eingeben, Top 10 Countries heißt Number of Facebook User. Das haben wir 2020, 2021, aber ich war gar nicht mal so schlecht dabei. Indien auf Platz 1 mit 416 Millionen User, danach die USA, dann Indonesien, Brasilien, die Philippinen, Mexiko, Vietnam, Thailand, Japan und dann Pakistan. Ich wusste da schon irgendwo, dass ich das mal gehört habe, dass bei Indern die Facebook-App so mit eines der ersten Dinge ist, die aufmachen, weil irgendwie jeder dort Facebook benutzt. Deshalb lasse ich mir das schon eindringen, dass Facebook noch immer so rein Nutzerzahl-Panisch das größte soziale Netzwerk da draußen ist. Natürlich Bots und sowas jetzt auch mit eingerechnet und tote Accounts auch, aber das ist ja bei jedem. Also, ich glaube nicht, dass die unterscheiden bei den Statistiken, was jetzt aktive, doch die, die werden schon unterscheiden, was aktive Nutzer sind. Aber, ja, keine Ahnung, ist ja auch egal. So, also, das Impressionation Protection Against Accounts Claiming to View, okay, das lasse ich mir einreden. Das lasse ich mir einreden, aber wobei ich auch nicht weiß, dass Facebook davor jetzt das einfach nicht gemacht hat. Das wäre mir jetzt auch neu. So, das nächste, Get Direct Access to Customer Support. Das finde ich sogar noch schlimmer als diesen blauen Checkmark. Also, wenn ich Geld monatlich bezahlen muss, dass ich direkten Zugang zum Customer Support bekomme, das finde ich sehr, sehr fragwürdig. Muss ich ganz ehrlich sein. Also, ich, das finde ich so schwierig nämlich, weil die große Zahl an Facebook-Nutzern, die werden wahrscheinlich nicht Meta-Verified kaufen sich. Und dann werden einfach die, die nicht kaufen, werden dann einfach mit einer Bot-Antwort abgefrühstückt oder was. Also, das finde ich sehr, sehr fragwürdig, bin ich ganz ehrlich. Das sollte so ein Ding sein, das sollte eigentlich eine Firma machen, damit sie ihre Userbase behalten. Weil jetzt ist Facebook schon bekannt dafür, dass du super viele Werbung bekommst auf Facebook. Und dann nervst du schon deine Kundschaft quasi, also die Kundschaft in dieser Zeit, User mit Werbung. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass du die Nutzer, die ein Problem mit Facebook haben, dass du die dann abfrühstückt mit irgendeiner scheiß vorgefertigten Antwort von dem Bot oder sowas. Damit zerstörst du ja deine komplette Nutzerschaft. Aber ist okay. Kann man auch machen. Aber ja. Also, das finde ich ein sehr schwieriger Claim, dass man sagt, Direct Access to Customer Support. Also, das ist, ja, weiß ich nicht. Also, da weiß ich nicht, was ich von halten soll. Also, das finde ich sogar noch fragwürdiger als den blauen Verifizierungshaken. Ich finde ja, diese blauen Verifizierungshaken, die sind ja eigentlich schon ein sehr guter Indikator dafür, wie leicht die Leute dazu gebracht werden können, einfach Geld auszugeben für nichts essentiell. Nichts. Einfach nichts. Doch, damit man, damit man den, 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 also eine Ehresmedaille hat, okay, du bist so dumm, du stoppst einer, einer, ein Milliardenunternehmen, stoppst du noch mehr Geld in den Hals quasi. Einfach nur, damit du einen blauen, blauen Checkmark hast, weil du dir so wichtig bist, ne. Das ist, also wirklich katastrophal sowas. Wie gesagt, das fand ich schon bei Twitter Blue, fand ich das schon sehr fragwürdig. Jetzt Facebook auch. Ich frage mich, was als nächstes kommt. Ja, YouTube Red, dann kannst du den Verifizierungshaken auf YouTube haben. Dann kommt, keine Ahnung, Snapchat Yellow. Dann kommt Tumblr, Tumblr Blue Blue oder so. Die Möglichkeiten sind ja endlos. Wie mir, also ich würde dir auch gut finden, wenn du, wenn du so in einem Jahr oder sowas von jedem sozialen Netzwerk irgendwie ausgeht, dass du dann zusammenrechnen kannst. Okay, ich zahle 80 Euro nur für Verifizierung auf sozialen Netzwerken pro Monat. Das finde ich auch sehr schön, dass es auf allen Plattformen 11,99 kostet, also Dollar, außer auf Apple-Plattformen, also iOS, da kostet es 15 Euro. Also 15 Dollar, Entschuldigung. Einfach nur, um der iOS-Tags quasi zu entkommen, weil sich ja iOS immer einen prozentualen Teil, ich nehme an, dass es hier zwei Dollar ungefähr sind oder drei, dass du, dass die quasi umgangen wird, dass du einfach mehr zahlst, damit du dann, damit 11,99 immer noch bei Facebook direkt ankommst, was du halt bei Anbietern wie bei Google Play oder direkt über Facebook nicht hast. Das ist auch interessant und Australien und Neuseeland, erste Länder, in denen das rausgeschippt wird quasi. Ja, ich bin da, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, wie viele Leute das kaufen. Mein Facebook wird da zwar wahrscheinlich keine öffentlichen, ne, wobei müssten sie ja eigentlich, die sind ja in der Börse, also die werden ja schon öffentliche Zahlen irgendwo veröffentlichen, oder was heißt öffentliche, aber die werden schon Zahlen veröffentlichen, wissen wie gut das ankommt. Und ich bin da streng dagegen. Also ich bin ja generell jemand, ich hasse es, monatliche Abonnements für etwas abzuschließen. Ich bin da super abgeneigt von, wirklich, das muss ich einfach mal so sagen. Ich hasse es, monatliche Abonnements für etwas abzuschließen, wo es nicht unbedingt nötig ist. Ja, und wir können ja auch mal einen ganz anderen Schwenk machen zur ganzen Netflix-Preispolitik, wenn wir schon bei monatlichen Abonnements sind, wobei das, glaube ich, den Rahmen dieses kurzen Casts sprengen würde. Ich bin eben der Meinung, dass ich zahle lieber einmal für einen Dienst oder für ein Produkt, auch wenn es ein digitales Produkt ist, als dass ich monatlich eine Miete dafür zahle, oder monatlich ein Produktmiete-Essenz. Aber das ist es ja, du zahlst ja, jetzt Thema Netflix, bestes Thema Netflix, zahlst du ja nicht einen Service, damit du die Filme schauen kannst. Du zahlst ja nur eine, du hast ja nur eine Lizenz quasi, diesen Dienst zu benutzen. So ist es auch mit Amazon Prime Instant Video. Ich glaube, das heißt nur bei Amazon Prime oder Prime Video. Bei Prime Video ist es ja noch extremer, dass du ja Filme kaufst, aber du kaufst sie nicht. Du mietest diese Filme, aber das wird dir nicht so genau erklärt. Das merkst du erst, wenn es so Dinge sind wie bei Playstation Movies, glaube ich, hieß das damals. Aber dazu komme ich noch gleich. Denn bei Amazon ist es so, du kannst dir Filme leihen und Filme kaufen, auch wieder in großen Anführungszeichen. Aber eigentlich leihst du sie immer nur. Es ist vollkommen egal, ob du sie jetzt für 24 Stunden leihst oder sie kaufst. Denn was du eigentlich tust ist, du kaufst nicht diesen Film, sondern du kaufst eigentlich nur eine Lizenz auf einem Amazon-Server, dass du quasi auf Lebenszeit von Prime Video auf diesen Film zugreifen kannst. Und natürlich, wenn Amazon auf einmal sagt, sagen wir jetzt, keine Ahnung, König der Löwen, das zieht jetzt Disney von diesem Dienst ab. Die erlauben quasi nicht mehr die Weitergabe von Disney-Filmen auf anderen Streaming-Plattformen wie Disney+. Und du hast diesen Film davor gekauft, dann wird dieser Film einfach von Prime Video verschwinden. Und die 14 Euro, die du in der König der Löwen investiert hast, die sind dann einfach weg. Jetzt komme ich nämlich zu dem. Bestes Beispiel Playstation Movies. Das war der Filmdienst von Sony auf den Playstation-Geräten. Zumindest auf der Playstation 4 war es noch so. Der ist vor kurzem, vor ein, zwei Jahren oder sowas, hat der zugemacht. Weil einfach Nutzerzahlen nicht da waren und dann haben die eben zugemacht. Der Dienst wurde quasi geschlossen. Was haben jetzt Kunden, die Playstation-Movie-Filme erworben haben? Ich glaube, erworben ist das beste Synonym mit, was ich umschreiben würde. Die haben durch die Röhre geschaut essentiell. Weil der Dienst wurde abgeschalten. Und das ganze Geld, wenn du jetzt da 100 Filme gekauft hast und du hast jetzt hier, weiß ich, 1400 Euro oder sowas investiert in Filme, und die sind jetzt halt einfach weg. Und das ist das Problem. Nämlich, du bekommst ja keine Kopie einer Datei, irgendwie auf deinem PC gespielt oder sowas. Oder du bekommst ja keine physische Kopie dieser Datei. Sei es jetzt eine DVD oder ein USB-Stick oder sowas oder eine Blu-ray-Disc. Oder du bekommst ja nur wirklich einen Lizenzschlüssel auf einem Server, der irgendwo bei Amazon steht. Und das ist ja das Ding. Also ich habe ja generell ein Problem, ein fundamentales Problem mit Streaming. Schon allein wegen diesem, ich kaufe nichts, wenn ich einen Film kaufe, sondern ich leihe, aber auf Lebenszeit dieses Streaming-Services. Und was bei Netflix mich schon immer halt extrem gestört hat, war ja, dass du, dass Filme halt kommen und gehen. Auf der anderen Seite, wenn du Amazon Prime anschaust, du hast dein Prime-Abo, das ist, glaube ich, 8 Euro oder sowas. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel es kostet, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast dein Prime-Abo und du siehst super viele Filme, super aktuelle Filme, aber die haben nicht diese Prime-Banderole. Du bekommst den Schrott irgendwie, den sonst bei keinem Streaming-Service landet, außer die Prime Origins, die sind gut, so The Boys oder sowas. Und 90% des Angebots von Prime Video musst du halt einfach kaufen. Dann musst du einfach dazukaufen. Und das finde ich auch scheiße. Es gibt keine gute, also keine richtige Alternative zu, sagen wir mal so, keine legale Alternative zu Piraterie. Und das hat Netflix sich jetzt auch wieder zerschossen mit seiner neuen Preispolitik, was das Account-Sharing angeht. Ich werde das in einem Folge-Cast mal behandeln, was ich davon denke. Aber wenn man ja alles zusammenrechnet, ich habe irgendwo einen Artikel vor ein paar Monaten gelesen, wenn man sich alles zusammenrechnet, kommt man so aktuell auf 80 bis 100 Euro, so der großen Streaming-Dienste, wenn du alles abonnierst. Und dann hast du ja noch nicht alles. Du hast ja in keiner Weise alles dann. Ich bin der Mann, und das Streaming, das bräuchte, was Spotify für die Musikindustrie war. Einfach ein Dienst, der alles vereint. 80 Millionen Songs oder 100 Millionen Songs mittlerweile irgendwie nur einen Touch entfernt. Das bräuchte Netflix. Und generell die Filmindustrie bräuchte das. Aber natürlich kannst du die Musikindustrie nicht mit der Filmindustrie vergleichen, weil es sind zwei ganz unterschiedliche Medien, die auch ganz viel unterschiedlich kosten eigentlich in der Entstehungsphase. Um jetzt aber wieder den Schwenk zurückzumachen zu sozialen Netzwerken. Ich glaube, das Ding ist, dass Twitter eben gemerkt hat, dass Werbung nicht mehr das abwirft, was es eigentlich sollte. Weil Werbung ist ja zurückgegangen auf Twitter, das habe ich ja irgendwo mitbekommen. Sogar wo der Deal irgendwie stattgefunden hat und diese ganzen negativen Schlagzeilen da irgendwie rumkursierten und auch der Aktienpreis super gefallen ist sofort. Also, dass ja sehr viele Werbetreibende ihre Werbung zurückgezogen haben von Twitter. Und weil wir auch sehr unzufrieden waren mit der ganzen Politik, die Elon Musk auf Twitter geführt hat. Und ich glaube, dass ja soziale Netzwerke, die sind ja generell nicht rentabel. Die sind auch mit Advertisements wahrscheinlich nicht rentabel. Deshalb gibt es sowas. Und wie soziale Netzwerke eben vorher sehr viel Geld verdient haben, waren halt mit dem Verkaufen eurer Daten. Weil es gibt ja dieses alte Sprichwort, wenn du nichts fürs Produkt zahlst, bist meistens du das Produkt. Das gilt auch nicht für alles. Sei es jetzt so Open-Source-Geschichten, da ist es zum Beispiel nicht so. Aber generell bei Google, Twitter, Facebook, Amazon, hier großes Startup-Unternehmen einführen. Egal welchen Service du nutzt, der kostenlos ist von diesen großen Unternehmen. Da bist du das Produkt oder zumindest deine Daten, die dann an Werbentreibende verkauft werden, um dir zugeschnittene Werbung zu zeigen. Das mag jetzt vielleicht einer sagen, das ist mir doch wurscht und so. Das ist ja alles nicht so schlimm. Ich finde das schon schlimm, muss ich sagen. Also ich bin schon jemand, ich sage, ich möchte so wenig Spionage in meinem Telefon haben. Ich möchte so wenig Spionage auf meinem Computer haben. Deshalb bin ich da aktiv auch immer dabei zu sagen, ich möchte nicht von großen Tech-Unternehmen ausspioniert werden. Jetzt auch wieder so in großen Anführungszeichen. Und deshalb finde ich es auch sehr schwierig, warum man Facebook seinen Personalausweis übermitteln sollte. Einfach nur, damit die Datenkrake Facebook noch mehr Daten von dir hat als User. Das finde ich schon sehr fragwürdig. Ich weiß ja nicht, ob das bei Twitter notwendig ist. Ich habe es zumindest nicht gehört. Ich glaube, das wäre auch sicher viral gegangen. Also ich weiß nicht, ob es viral gegangen ist. Ich denke halt immer, wenn es bei mir ankommt, dann ist es irgendwo viral, weil ich halt nicht aktiv danach suche, nach solchen Schlagzeilen. Aber das finde ich schon sehr, sehr krass. Soviel zu Facebook oder Meta Verify heißt das, glaube ich. Weil Facebook ist ja nicht mehr, es ist ja mehr. Und soviel auch zum Bezahlmodell von Meta. Das ist ja auch so ein Ding. Warum ist es eigentlich nicht so, dass Meta auch noch als Feature, dieser 11,90, die du zahlst, eigentlich die Werbung wegnimmt? Das finde ich ja auch so. Das wäre ja auch ein Ding. Da musst du eigentlich nichts großartig umstellen, weil es ist nichts, was du hinzufügen müsstest. Du müsstest nur etwas wegnehmen quasi. Oder halt einfach was implementieren, was diese Werbung blockiert, dass sie nicht beim Enduser angezeigt wird. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich kehre mich nicht aus. Ich habe nur gefährliches Halbwissen und eigentlich bin ich ja ein Laie. Das war meine Gedanken zu dem Thema. Meine Damen und Herren, ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, wo ihr das hören werdet. Ich weiß nicht, wo ich das überall veröffentlichen werde. Falls ihr mehr von solchen Art Content seht, über ein Abonnement würde ich mich freuen, wenn wir schon beim Thema Abonnements sind. Aber diesmal kostenlos, nicht kostenpflichtig, keine Sorge. Wie gesagt, lasst mir eure Kommentare wissen. Eine nächste Folge kommt wahrscheinlich relativ bald. Ich würde gerne über Netflix und Co. sprechen, also die neue Preispolitik von Netflix und generell jetzt so als kleiner Epilog. Ich habe nicht so wirklich Ahnung, was eigentlich auf diesem Kanal kommen wird. Dieser Kanal ist für mich jetzt erstmal, so jetzt in den ersten Monaten, so ein Ventil quasi, um mich zu Sachen zu äußern, wo ich sage, das brennt mir gerade auf der Seele. Das möchte ich loswerden und ich möchte, die, die es interessiert, die das finden, denen möchte ich meine Meinung zu den ganzen Themen sagen, auf die ich so stoße. Das können sein, meine Meinung zu Filmen, die ich sehe, zu Serien, zu Musik, zu Spielen, die ich vielleicht nach ewig Jahren mal wieder spiele oder sowas. Oder auch zu so Nachrichtengeschichten. Ich scheue auch nicht davor, mich irgendwo mal politisch zu äußern, zu aktuellen politischen Lagen. Auch in Österreich zum Beispiel gibt es viel zu sagen, wo ich sage, da läuft politisch auf jeden Fall einiges, wo ich mich gerne zu äußern würde. Und das ist quasi jetzt dieser Kanal erstmal für mich. Ja, einfach meiner Stimme zu lauschen, während ich euch irgendwas von Nachrichten bis Filmen und Serien und Dokumentation erzähle. Vielleicht bände ich auch mal ein süßes Tier ein. Kann natürlich auch sein. Vielleicht seht ihr es auch gerade jetzt, ich weiß es ja nicht. Es ist selbst für mich eine Überraschung, was bestimmt noch rauskommen wird. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Ansonsten, meine Damen und Herren, ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Passt auf euch auf und gebt euch mit netten Menschen. Von meiner Seite aus war es das. Ich verabschiede mich.